Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich Ihnen einen kleinen Ausschnitt aus meiner neuen DVD Monochrom zeigen. Sie sehen, wie man mit Kohle und Weißkreide auf einem getönten Malgrund ganz einfach tolle Effekte zaubern kann. Und so wird's gemacht. Ich habe Acryl Gesso mit grüner Farbe getönt und auf ein Aquarellpapier gestrichen. Der matte grüne Ton ist eine gute Ausgangsbasis für eine Landschaftsszene. Nach dem Trocknen der Grundierung wird das Blatt auf einer Sperrholzplatte fixiert. Mit der breiten, runden Spitze des Duo Pastello Pinsels nehme ich etwas Kohlestaub auf und forme damit eine Silhouette der Landschaft. Die Bäume und Sträucher sollen wie durch einen Nebel erscheinen. Die Stärke der Kontraste steuere ich durch die Menge des Kohlestaubes. So entsteht jetzt nach und nach die Form der Bäume und Sträucher. Mit dem Gesso ist eine leichte, raue Oberfläche auf dem Malgrund entstanden. Der schwarze Kohlestaub lässt sich darauf besonders gut mit dem Pinsel auftragen und kann in verschiedene Tonabstufungen verrieben werden. Mit den Fingern wische ich den Kohlestaub etwas fester in die Oberfläche des Malgrundes. Wie Sie hier sehen können, ist eine tiefschwarze Silhouette entstanden, die schon jetzt das Motiv erahnen lässt. Das Schwarz ist mir immer noch nicht intensiv genug. Aus diesem Grund verwende ich Holzkohle, die ich mit der flachen Kante über die Oberfläche meines Malgrundes streiche. Es entsteht eine leichte Struktur in der Kohle, die ich auch für den Vordergrund verwende. Mit den Fingern wische ich immer wieder über den Kohlestaub, um diesen fest in den Malgrund zu verankern. So kann ich nicht nur tiefschwarze Bereiche in meinem Bild schaffen, sondern auch Linien und Strukturen. Mit dem Pinsel klette ich die Kohle ein wenig und achte darauf, dass am oberen Rand der Silhouette keine harten Kanten stehen bleiben. Ich klette zuerst die Oberfläche mit dem Pinsel und nehme dann auch die Finger zur Hand, die den weichen Pinselstrich wieder etwas härter machen. Hier an diesem Detail können Sie sehr schön erkennen, wie ich die Kohle mit den Fingern in die Oberfläche des Malgrundes einreibe. Falls die Kontraste zu stark werden, kann ich sie mit dem Pinsel wieder abschwächen und mit dem Farbton des Malgrundes verschmelzen. Die Übergänge werden weicher und erscheinen transparenter im Auge des Betrachters. Nachdem ich mit der Silhouette für die Bäume und Sträucher fertig bin, nehme ich einen weichen Radiergummi und hole damit die Lichtseite der Baumstämme und Äste aus dem schwarzen Grundton heraus. Es entstehen die ersten sichtbaren Teile der Bäume in der schwarzen Silhouette. Mit der flachen Kante des Radiergummis gestalte ich den Stamm und die Äste. Ich arbeite so, als würde ich mit einer hellen Farbe einzelne Linien ziehen. Die Intensität der Striche, also wie viel Kohle ich wegnehme, kann ich dabei sehr gut durch den Druck auf den Radiergummi steuern. Und hier sehen Sie noch einmal im Detail, wie man durch den Druck auf den Radiergummi unterschiedliche Hell-Dunkel-Effekte im Kohlestaub erzielen kann. Die Baumkronen erscheinen mir noch etwas zu kräftig. Ich möchte einen Teil luftiger und transparenter wirken lassen. Deshalb schwäche ich den Kohlestaub an dieser Stelle meines Motiv mit dem Pastellpinsel leicht ab. Ich lasse die Spitze über die betroffene Bildstelle kreisen und entferne ganz leicht den überschüssigen Kohlestaub. Der obere Teil des Bildes wirkt jetzt etwas dezenter und leicht zurückgesetzt, während die Mitte dunkler erscheint. Solche transparenten Effekte lassen sich nur mit einem weichen Pastellpinsel herstellen. Mit dem Kohlestift deute ich jetzt ganz vorsichtig die Blätter an. Da ich diese ja nicht mit verschiedenen Farben gestalten kann, muss ich hier erst einmal wieder mit der Kohle die Umrisse der Blätter erzeugen. Damit diese natürlicher wirken, sollten sie an den Rändern auseinanderlaufen. Hier können Sie sehen, wie durch den intensiven Kohlestaub Hell-Dunkel-Effekte entstehen. Viele unterschiedliche Kontraste, die kleine Details erkennen lassen. Ich bin nun mit diesem Teil des Bildes ganz zufrieden. Ich fixiere den Kohlestaub, der dadurch noch etwas intensiver und dunkler wird. Denn jetzt kommt der eigentliche Clou. Ich verwende weiße Kreide, um den Himmel und die Lichteffekte einzufügen. Mit der breiten Kante des Weißkreidestiftes gestalte ich die ersten hellen Wolken. Damit die Kreide besser auf dem Malgrund hält, verreibe ich sie mit dem harten Pastellpinsel. Die speziellen Schweineborsten reiben die Kreide fest in den rauen Malgrund ein. Die Striche werden abgeschwächt und mit dem getönten Grund verschmolzen. Es entstehen sehr weiche Übergänge zwischen dem Farbton des Malgrundes und der weißen Kreide. So stelle ich nach und nach die Baumgruppe in den Vordergrund. Durch die weiße Kreide heben sich die dunklen Baumkronen sehr gut ab. Der Betrachter schaut in das Licht und erkennt die Umrisse der Bäume. Im Vordergrund deute ich mit der weißen Kreide weitere Details an. So entstehen durch wenige gezielte Striche viele Lichteffekte auf den Bäumen und den Sträuchern. Damit diese nicht zu gleichtönig aussehen, werden sie mit dem Pastellpinsel etwas abgeschwächt. So entstehen hellere und dunklere Tonabstufungen zwischen dem Weiß und dem grünen Malgrund und der schwarzen Kohle. Zum Schluss stelle ich den Baum links in meinem Bild weiter hervor. Dabei trage ich noch einmal Weißkreide auf und verstärke diesen Bildbereich. Das Weiß leuchtet hier besonders stark und dadurch wird dieser Teil zum ersten Blickpunkt meines Motivs. Hier am fertigen Bild kann man ganz gut erkennen, wie das Zusammenspiel der Hell-Dunkeleffekte funktioniert. Die Stimmung der Szene wird durch den weißen Wolkenhimmel sehr dramatisch. Es scheint, als würden sich die Bäume im Wind bewegen. Man kann das Rascheln der Blätter fast schon hören. Es fällt dem Betrachter kaum auf, dass ich außer dem Grün für den Malgrund keine Farbe verwendet habe. Mit einem getönten Malgrund kann man ganz schnell aus einer einfachen Kohlezeichnung ein monochromes Gemälde zaubern. Auch ohne Farbe lassen sich so ganz leicht Stimmungen in einem Bild festhalten. Eine genaue Anleitung, wie Sie einen getönten Malgrund ganz leicht selbst herstellen können, finden Sie wie immer im Internet unter www.bettax-malschule.de Und nun viel Spaß beim Ausprobieren!